Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Diesmal keine Livestream-Aufzeichnungen. Die nächsten Folgen sind keine Livestream-Aufzeichnungen, weil wir jetzt ein bisschen vorproduzieren müssen, denn es steht einiges an. Am 13. werden wir zum Beispiel mit der ganzen holländischen Fraktion, also Currys Familie, eine Runde FIFA Realize spielen, denn der Bernie kommt, der ist tatsächlich Schiedsrichter. Es kommt die Mutter von Kevin, der Bruder von Kevin, die Frau von Kevins Bruder Quincy und ein anderer Hund, also Kevin Sata. Nee, das wird auf jeden Fall sehr geil. Der Major ist dabei, der Leno ist dabei, der PZ ist dabei, alle sind dabei, die Alchis sind dabei, bis auf Domi und also super viele Leute. Aber wir spielen heute in dem Modus, ähm, hier, Wildjagd, Wildfangen, irgendwas. Ist Brand, also wenn diese Folge rausgespielt, ja. Groß Wildjagd, so. Aber die ist, genau, die ist brandneu, es gibt drei Modi. Du bist den Panzer töten, Mann. Ich bin tot. Könnt ihr das auf dem Kanal sehen. Ich bin tot. Und auch bei mir auf dem Channel, also unbedingt aus Currys Sicht mal angucken, ist bestimmt lustig. So, wir sind jetzt irgendwo hier am Arsch der Welt und ich müsste jetzt, wie sollen wir denn den Panzer holen? Ja, ja, das schreiben mich gerade auch. Kann man hier irgendwie Waffen einsammeln oder so? Ach, wir haben Haftbomben. Guck mal an hier. Ja, ist der Mann. Deine. Deine Spezialität. Wenn du tot bist, bist du dann raus? Nee. Kommst du wieder immer wieder? Wir müssen uns aufteilen, wir müssen den irgendwie von der Seite bekommen, ey. Du kommst dann immer wieder? Ja, ja. Nee, du musst einfach zickzack fahren, dann kriegt er dich nicht. Wir müssen ja irgendwie an den Rand kommen. Dann sind wir am Arsch. Der Plan ist nicht aufgegangen. Aber wir müssen ja irgendwie an den Rand kommen und dann die Haftbomben da ran packen. Aber willst du das machen, wenn du auf dich zielt? Das ist unmöglich. Wir müssen alle auf den drauf fahren. Das ist halt tricky, ne? Tricky. Ja, ja, wir müssen halt von verschiedenen Richtungen irgendwie auf den drauf kommen, weil der macht das gerade gut. Und du musst irgendwie von der anderen Seite. Ich versuche den mal zu überholen, dann komme ich von der anderen Seite. Jetzt! Ah, jetzt dreht der schon wieder der Arsch. Die ist auch wendet einfach. Komm, Karete, auf da! Ja, ich bin dabei. Aaaaaaah! Ich bin da nicht dran! Nein! Ich hatte einen Sticky an den dran geschmissen, aber der hat mich überfahren. Der hat mich einfach überfahren. Vor allem, das reicht ja nicht, wenn wir den einmal da ran werfen. Nee, unten rechts siehst du so eine Zeit. Boah, das ist mega OP, Alter. Ach, der hat eine Lebensanzeige. Ja, ja. Alter Schwede. Wie soll man denn da... Aber muss man erstmal diese richtige Taktik rauskriegen. Wie gesagt, Modus ist zum Zeitpunkt, wo wir die Folge veröffentlichen, natürlich schon ein bisschen draußen. Könnt ihr aber so spielen. Alter, das gibt's doch nicht, ey! Aaaaaah! Das ist so krass. Das ist einfach nur frustrierend. So, warte mal, jetzt. Das ist gut. Das ist gut so. Ja, fahr an da, Curry, der ist auf mich gelenkt. Tschüss. Nein! Nein! Scheiße, Mann! Aber das war geil gedacht, wir müssten eigentlich gleichzeitig drauf losfahren. Ja, ja. Wir sind bei der Hälfte, Alter. Wir haben noch eine Minute. Komm, Curry. Wir schaffen das. Aaaaaah! Drauf da! Du Penis! Du Penis! Ich bin hinter dir. Okay. Links, rechts. Links, rechts und frei aus dem Beginn. Ah, der feiert auf mich! Ah! Scheiße! Alter! Hä? Der zieht mit dem Rohr ganz woanders, wenn du triffst. Ja, das ist, das ist ein Bug. Okay. Das gibt's nicht, Alter. Ey, man muss da wirklich Teamarbeit machen. Sonst kannst du das vergessen. Last Range. Ja. Das ist die erste Runde, da muss man sich ein bisschen reinfinden. Ja, ich glaub schon. Komm, ich meine jetzt im Frontalangriff in den letzten 20 Sekunden. Nee, das bist du nicht. 20 Sekunden, Alter. Wir müssen... Meinen hast du schon erwischt? Ja. Zickzack! Komm drauf! Ich hab mich geopfert! Oh Mann! Alter, der hat ganz wenig nur noch! Wenn wir den abgezogen haben! Ich hab dich wirklich geopfert, hätte er dich bestimmt nochmal erwischen können. Scheiße! Ja, ich hab den getroffen und du auch, glaub ich. Scheiße, Mann! Geil! Geiler Modus! Okay, dann können wir aber lernen für die nächste Runde. Ja. Das wird geil! Also es gibt immer zwei Runden, oder man kann natürlich... Also standardgemäß sind zwei Runden. Es gibt drei unterschiedliche, äh... Drei unterschiedliche... Szenarien. Szenarien, die man machen kann. Und, ähm... Ja. Es gibt zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Folge grad aufnehmen, das ist der... Ich kann's euch sagen... Das ist der... 26.02. 26.02. Also wenn ihr diese Folge seht, ist es natürlich erst in... Boah, ich glaub in ein oder zwei Wochen erst. Und, ähm... Da ist es so, dass, äh... Es ist kein doppelter Erfahrungspunkt mehr gibt. Achso, wir sind jetzt nochmal dran. Äh... Was ich euch aber empfehlen kann, ist jeden Mittwoch um 19 Uhr einschalten. Na, streamen da Corinne und ich. Bei die Große Mafuyu Night. Genau. Mit dem Dorn, der ist auch immer dabei. Als Special Guest. Und, äh... Da spielen wir unter anderem auch immer GTA Online live im Stream und ihr könnt mitzocken. Also jeden Mittwoch um 19 Uhr, schreibt euch auf. Ich dachte grad, das ist ein Spieler. Ja, das dachte ich auch. Okay, jetzt... Jetzt geht's los, Mann. Operation Firestorm, komm. Dreierspitzhacke. Ah, ist es schon wieder der gleiche? Ja, ja. Glaub ich schon, oder? Ja. Okay. Hau ab. Kommt drauf. Lass mich in Ruhe. Jawoll. Ah, nein! Alter, ich hab so'n... So'n nice, äh... So'n... Was macht denn der andere Fahrer da? Wo ist der? Der fährt da irgendwo in den Hangar rein. Hä? Ist der besoffen, oder was? Vielleicht holt er sich ein Jet... Aua! Ich glaub, das geht gar nicht. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Ey, das ist aber unmöglich, den Panzer hier zu holen. Ja, zumindest nicht alleine. Aber wenn man den einmal mit der Haftbombe hitet, dann ist das... Dann ist das mega. So, jetzt ist's gut. Warte mal, der ist eingeklemmt, komm! Ah, scheiße, Alter! Alter, jetzt fährt er doch in den Gang, oder was? Ein guter Panzerfahrer auf jeden Fall. Lass mich! Nein! Oh, ich hab' die Haftbombe noch drangeschmissen. Ich hab' die Haftbombe noch drangeschmissen. Ein bisschen haben wir den abgezogen. Eine Sekunde später und ich hab' ihn gehabt. Zwei Minuten noch, komm! Ich hab' ihn was abgezogen, Alter! Ich hab' ihn... Ja, wir auch! Hälfte! Komm, 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 komm! Eine Minute noch. 1,45 noch. Passt ja richtig gut, die 45er zu dieser Folge. Alter! Ich will mal Radio umstellen, Mann! Aua! Ja, da läuft voll die entspannte Musik, ey! So, warte mal! Ich fahr' alleine auf den Zug! Nein, ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ja, wir dürfen nicht alle hintereinander... Oh, scheiße! Man müsste jetzt in die Zange nehmen können! Ah, ich bin tot! Ah, shit! Ey, der mit seiner Rakete, ne? Alter! Alter! Jetzt, komm! Das ist so unfassbar schwer! Der ballert, wir müssen... Wir fahren auch immer einzeln auf den drauf und das ist natürlich einfach dann für den. Also, man braucht auf jeden Fall mehr Leute hier, die mitspielen bei dem Modus. Ja klar, das ist jetzt halt natürlich noch ein bisschen OP, weil wir halt nur zu dritt sind, ne? Ja! Also... Oh, man fickt dich doch, Mann! Das rast... Das riegt voll auf! Aber alles gut! Wie wir auch einfach immer aus derselben Richtung spawnen. Warte mal, wir müssen... Einer muss den überholen irgendwie, oder so. Ah! Alter, der 10-0, ey! Krass! Zieh dich! Ey, das gibt es doch nicht! Kann doch nicht sein! 40 Sekunden noch! Oh! Ich hab' ihn einmal erwischt! Oh, nice, Alter! Wir können's schaffen! Drauf, da, drauf, da, drauf, da, komm! Alles oder nichts? Da hupe ich sogar! Da hupe ich! Jetzt go, go, go! Nein! Nein, Alter! Das gibt es nicht! Das ist echt unglaublich, ey! Ich denk mal, wenn wir die zweimal hinten hätten was... Hau ab, Mann! Nein, Mann, 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 Mann! Ist der Kevin-Modus? Okay, Curry, komm! Wo bist du? 19 Sekunden, Alter! Jetzt alle drauf! Zu dritt, komm! Das gibt es nicht! Schon der nächste wieder tot, weißt du? Na! Alter, mega schwer! Mega schwer! Mega schwer! BAM! Bisschen getroffen, Alter! Boah! Gar klein... Mann, fäng dich! Alter, dieses... Dieses Ding, ne? Ey, das geht... Das geht so auf den Sack, wenn du die ganze Zeit auf diesen Panzer zufahren musst. Du bist kurz davor, den irgendwie abzuwerfen und dann explodierst du einfach! Das coole ist, aber wir haben jetzt natürlich einen mehr in der Lobby und wir spielen jetzt noch das andere Szenario. Aber es gibt doppelte Erfahrungspunkte, das ist ja schon mal prima! Ja, schön! Hat er gut gemacht, der Safe-Driver! Ich glaub, der ist nicht einmal drauf gegangen! Ich will mal gar nicht wissen, wie viel Geld der jetzt bekommen hat! Wieso war der der Panzerfahrer, das ist so scheiße! So! Ich hoffe mal, das ist jetzt... Das ist jetzt jemand anderes! Ja, ich hoffe auch! Sonst... Sonst boykottieren wir das Spiel! Kann ja nichts! 39... Der hat 39 Kills gemacht! Alles klar! Dezenter mal, dezenter! Hat er ja einfach mal... Gar nicht übertrieben hochgebracht! Der Large-Official ist da! Ja! Der Large immer sehr viel! Okay, nehmen wir zwei! Großwildjagd 2! Findet ihr übrigens einen Gegner-Modus an der Ganze? 2! Ja, ja, ja... Let's do this again, Carey! Ja, wow! Die Lobby wird immer voller! Ach du Scheiße! Okay! Feste Fahr... Achso! Die Lobby wird immer voller, Alter! Wir sind zu dritt! Wollen wir mal Motorräder einstellen? Hä? Bist du verrückt, Alter? Komm, Motorräder! Ja, wir können ja... Dann können wir auch direkt Rasenmäher reinmachen! Oder Trecker oder so! Aber Motorräder zu treffen ist schwieriger, weil das filigraner fährt! Ja, stimmt! Okay, ich mach mal Crewmitglieder einladen! Was denn los da? Wir haben... Hä? Was denn los, Alter? Warum sind die hier rausgegangen? Ich weiß es nicht, Alter! Alle vom letzten Job! Auch die Crowmitglieder! Wir haben bei Twitter eigentlich einen Post gemacht, das wir gerade auch nehmen! Oh, eine Trauer jetzt, ne? Ja, ich auch! Keiner möchte mit uns spielen! Boah, wie low, Alter! Wir sind solche Low-Bobs! Keiner möchte mit uns spielen! Kann man spielen mit ähnlichen Fähigkeiten! Ich finde aber immer noch dieses Lobby-System in GTA... Ja, das ist voll komisch! Dass hier jetzt keiner reinkommt, Alter! 14 Sekunden hast du noch! Oh! Oh, Vladimir! Oh, jetzt geht los! Oh, wunderbar! Laser-GG! 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 Okay, starte! Yo, Alter! No, 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 no! Der Lars war voller Karre! Ja! Okay! Dann zappel ich am... Oh, was? So! Komm! Lushu tritt weiter noch! Latschuh, hör mal! Latschuh! Latschuh! Alles klar, Rob! Mit dem Russen? No! Der ist... Ja! So, der hat wahrscheinlich gerade auf Russisch irgendwie Go geschrieben oder so... Okay, es geht los! Es geht los! Echt krass! Hey! Jäger! Ne, ich geh jetzt mal zum... Ey, ich darf wieder nicht zum Rhino-Team! Hey, warum sind da denn jetzt zwei, Alter? Ja, mehr Spieler! Hey, zwei Rhinos? Rhinos! Was sind wir denn für ein Outfit, ey? Komm! Hey, was ist das denn? Ich dachte, das bleibt dann bei einem! Guck mal, das Outfit-Kurierle! Jo, man, wir sind richtig geile Kumpel! LSP-DFR, Mann! Hä, aber was ist das denn? Ich dachte, das bleibt bei einem! Ja! Irgendwie... Balancing ist nicht so... so fair! Ja, das ist aber scheiße! Wie ich da mit meinem Schnäuzer auf dem Moped sitze! Jo, man, jetzt geht's so... Geil, ey! Kann man die Polizeiuniform auch irgendwo kaufen? Ne, leider nicht! Es geht aber bestimmt auch wieder in den Glitch, wie man die haben kann! Okay! Haftbomben raus und ab und zum Panzer! Boah, wie geil das hier aussieht, ne? Ey, ich muss sagen GTA Online... Beziehungsweise GTA ist schon so ein altes Game inzwischen! Ja! Keine! Aber es sieht immer noch so mega nice aus! Boah, wie alt ist GTA schon? Okay, jetzt müssen wir... Alter, wir können jetzt hier jumpen und so, Mann! Genau so! Jumping ist aber ein Panzer! Ah! Ich brenne! Okay, wir müssen uns auf einen konzentrieren, ne? Einer ist so schnell, oder? Jo, nein, 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 nein! Ah! Was denn was? Der gab da so runtergesprungen! Der gab da so runtergesprungen! Ich hab mich so erschrocken! Ey, wie krass das war! Aber warte mal, es muss doch eine andere Möglichkeit geben! Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben! BÄM, Alter! Wie ich den abgezogen hab! Komm! Den Latschuh, komm! Ich hab die so beobachtet! Ich hab die so beobachtet! Äh, äh, äh! Jaaa! Latschuh! Der hat mich fast down, Curry! Der ist fast down! Ich hab den so einen richtig reingezimmert! Guter Nachbar, Freund! Ich hab den so einen reingezimmert! Oh nein! Okay, go, 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 go! Komm, komm, komm! Die Wand ist im Weg, meine Freunde! Die Wand ist im Weg! Alter! Sprich zur Hand! Boah! Alter! Ich hab ihn in den Luft gesprengt, Curry! Jetzt den Laser! Den Laser, Alter! Ich hab ihn in den Luft gesprengt! Ich bin ja grad wie ein Kamikaze, bin ich da durchgebracht, ey! Ich auch, Alter! Ich bin über den Hügel gesprengt und hab den dann die... Habbombe... Hier hat er natürlich nicht so offenes Feld, da kann er nicht so rumrasen! Geil! Hier ist gut, Alter! Habbombe raus! Und den Todesjump! Nein! Ich hab Selbstmord! Ich hab ihn! Yeah, Mann! Oder? Nee, Alter, hat er verstört! Echt? Was? Der hat immer noch... Der hat ein kleines Fitzenchen kommen noch! Okay, go, go, go! Go, 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 go! Ich hab ihn! Der ist down! Nice! Alter, ich bin über den drüber gejumpft, hab die Haftbombe geschmissen! Ja, das hab ich grad auch gemacht! Das ist voll geil mit den Jumps, Alter! Wer sind die Gewinner? Wer sind die Gewinner? Wer sind die Gewinner? Die Mopeds waren ne gute Entscheidung! Alter, ich hab beide Panzer zerstört, Mann! Die waren ne gute Entscheidung, ey! Genau, man hat kein Panzer zerstört! Ne, das war Teamwork! Wir haben alles abgezogen! Aben, Armee? Ne? Boah, ja. Äh, weh, weh... Ach, schön! Äh, dann will ich nochmal spielen! Wie will ich nochmal? Ja. Jetzt, Alter! Was denn? Was geht ab? Wer sitzt im dicken Panzer? Ich oder ich? Oh nein, Alter! Der wird zerstört! Oh nein, Alter! Jetzt kommt die große Battle! Ja, ja! Man, who is ready! Was? Wahrscheinlich, weil du einen getötet hast, kann das? Kann das? Das kann sein, ja, mit Mr. Fon. Okay, Mann! Ich bin mit Mr. Flu im Panzer. Okay, ab geht's, Mann. Jungs, wir haben einiges zu gut zu machen. Einen habe ich. Wo brauchen wir den denn hier? Ah, ist der Dennis, oder was? Mafuyu! Kirby! Boah! Aber bist du da schon abgezogen da, ne? Äh. Ein Panzer-Kenker-Schmerz. Okay, Mafuyu, Mann. Ey, der stirbt nicht! Jetzt aber. Jetzt kommen die alle. Mafuyu! Harry! Hau ab! Ich seh nix! Wo ist der? Ich seh den Baum! Mal vor, Junge! Nein! Scheiße! Nice! Okay, weiter, 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 weiter. Habt ihr noch was, oder? Boah, Alter, da seid ihr. Scheiße! Wo ist der Rotzlöffel? Boah, Alter! Ich habe ein bisschen abgezogen, Mann. Du hast mir ein bisschen abgezogen, das stimmt. Jo, weiter geht's! Boah, wie viele Erfahrungspunkte man hier kriegt. Boah, 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 boah! Weg da, Mann! Hau rein! Wo fährt der denn hin? Bist du das? Wo bin ich? Jo, das ist doch gebiets. Du fliegst doch grad aus dem Gebiet raus. Nein, Mann. Ich mach einen Mega-Jump. Ja! Alter, mein Panzer ist fast down. Nein! Woher, weiter! Komm, Mafuyu down kriegen, wenn... Wenn Mafuyu down ist, dann habe ich gewonnen, Mann. Alter, mein Panzer ist... Ja! Ja! Nee, ich bin noch am Schüssel, ich bin noch am Schüssel. Mafuyu! Nein! Du zerstörst mich nicht, Dohren, Alter, das sag ich dir. Hä, ich hab dich... Ich hab doch grad eine Haftbombe geworfen! Nein! Nein! Bist du down? Ich bin down, Mann. Jawohl! Nächster Modus. Nächster Typ. Hau ab, Mann. Ich kann mich gar niemand zerstören. Ich bin unbesiegbar. Ich bin Kopf. Komm, du Hälter durch, Mann. Mr. Flu, du Hälter durch. Komm, 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 komm. Komm, komm, noch die... Ja, genau, nur ein Kessel. Komm, zerstör alles, zerstör alle, Mann. Ja, das ist ein Todesblatt, komm, weiter, warte, 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 warte. Eine Minute noch, wir sind noch bei der Hälfte. Du bist der Kerl, du schaffst das. Deutschland glaubt an dich. Ja, wir haben noch genug Zeit. Du oder ich. Hä? War gern im Brunze-Modus. Mega Jump! Ja, Mann! Komm, Panzer, hau ab! Ich schalte die ganze Zeit das Radio um, Mann. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn der? Boah. Wo ist denn der Dori? Da oben. Steht der auf dem Hügel. Ah! Ey, das gibt's nicht. Nee, keep rolling. Komm schon, komm schon. Komm schon, Leute. 27 Sekunden. Du machst das. Du machst das. Du machst das, komm, du machst das. Du bist ein guter Driver, komm. Ah, der fährt jetzt rückwärts, das ist scheiße. Du bist ein guter Driver, komm. Ja, ich mach den Secret Jump, Alter. Ja. Secret Jump, Kori, Alter. Ich fahr jetzt mal gegen Silo, Alter. Wo ist Silo? Sobald man runterfällt, ist vorbei. Komm! Sechs Sekunden. Komm, 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 komm. Zerstören den nächsten. Ja, komm. Du scheiße, 30 Sekunden. Mach kein Scheiß jetzt, Alter. Yes! Yes! Nein! Team Panzer gewinnt. Team Panzer gewinnt. Was sind wir nur zwei Runden, ey? Geil, Mann. Scheiße. Team Panzer. Ja, Leute, den anderen Modus spielen wir dann in der nächsten Episode von GTA Online. Die gibt's dann übermorgen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Oder morgen kann sein, dass morgen auch was kommt, ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und macht doch einen Daumen hoch, wenn euch diese Folge präsentiert wurde von einer Zippewurst und von meiner Möglichkeit... Macht, macht, gefällt gut. Macht, gefällt gut. Nur die coolen drücken jetzt den Daumen nach oben. Tschüss! Ja. Hahaha. HERB. Nummer. ua statist clearing Alles Are Rousteil immer ganz doll hack Ball und alles Cuidem Cole Wir equals Paul Moment und Bis zum nächsten Mal.